Ich bin's wieder. Besser, wenn Sie's gleich erfahren. Ich habe kein Geld. Kannten Sie mir kurz etwas Geld leihen? Ist wirklich sehr dringend. Können Sie mir helfen? Ich brauche dringend Arbeit. Deine Arbeitserlaubnis ist abgelaufen. Kommt, Mädels, haltet euch ran! Ich werde das Geld zurückzahlen. Der Typ hat sich verpisst. Zwei Wochen Arbeit. Können Sie mir vielleicht etwas Geld leihen? Pech für dich. Die Ställe haben wir schon vergeben. Gib mir mein Geld zurück. Hier gibt's keine Arbeit mehr für dich. Verschwinde. Du hast genau zwei Tage. Wenn du bis dahin nicht bezahlst, dann wird es hässlich. Los, los, bewegt euch! Ist das nicht gut oder was? Bist du krank? Bist du Schmerzen? Bist du sch fueledst? Bist du da?